Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs bieten. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Bietet, bot, hat geboten. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich biete, du bietest, er bietet, wir bieten, ihr bietet, sie bieten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bot, du botst, er bot, wir boten, ihr botet, sie boten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geboten. Du hast geboten. Er hat geboten. Wir haben geboten. Ihr habt geboten. Sie haben geboten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich biete. Du bietest. Er biete. Wir bieten. Sie bieten. Ihr bieten. Sie bieten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich böte. Du bötest. Er böte. Wir böten. Ihr bötet. Sie böten. Den Schluss macht der Imperativ. Biete du. Bieten wir. Bietet ihr. Bieten sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb bieten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.